ja hallo leute hier wieder euer tozo mit let's play skyrim und wir sind da hier endlich mal im weislauf angekommen und ja was ist da wieder eine neue stufe können wir erreichen ich habe mich da gerade einmal umgezogen damit unsere dosita einmal etwas besser aussieht und schauen gleich mal nach was da jetzt so noch auf uns zukommt wir werden dann noch einmal magischer steigern nehme ich an ja in den linken und talent verbessern ich weiß ja nicht ob wir das nicht vorerst einmal lassen sollen und ja wir lassen das vorerst ja bevor wir hier nicht gescheit gelabelt sind hat das ja auch keinen sinn und gehen zurück jetzt frage ich unseren fehlendal ob der uns immer noch nicht gibt im bogenschießen weil dann sage euch was ich weiß leveln wir ohne ende und da müssen wir kurz noch einmal da weg und fehlendal fragen ob der uns das geld wieder gibt ja was soll ich nehmen ja komm her alter freund du hast da und sagt geld und gleich noch einmal ich zeige euch was ich weiß okay komm her noch einmal schießkunst ja 39 trainieren und geht es da noch weiter na wir müssen wieder eine stufe aufstellen okay so weit so gut und dem nämlich das geld auch gleich wieder ab was soll ich nehmen ja so bindet man auch freunde an sich indem man ihm das geld permanent wegnimmt und sie von uns abhängig sind okay gut so ihr geht vor ich war sieht ja echt nett aus unsere ja wenn sie ja mal so angezogen ist wir schauen mal kurz ins menü was da alles gibt ja wir müssen wir müssen mit dem jahr von weißlauf sprechen aber vorerst wollten wir ja an führer der gefährden sprechen ja und das wäre vielleicht gerade wichtiger aber zuerst schauen wir uns da um weil wir suchen ja eine kaschämme wo wir einen heilfrank finden gegen die krankheiten und wir schauen doch mal was das alles ist der trunkener jägersmann das klingt ja gut das könnte eine kaschämme sein wo wir was kriegen hallo miteinander hallo mein nordfreund auf der suche nach jagdzubehör ach so du verkaufst uns da was verkaufst du uns da ne du verkaufst uns alles was habt ihr zu verkaufen einbogen schütze da habe ich genau das richtige ja was hast du jetzt erst einmal die waffen eisentolk eisenpfeile gesegneter jagdbogen schaden und tote bis zu stufe 3 fliegen 30 sekunden lang das wäre es ja mal für 518 das könnten wir doch einmal angehen jagdbogen jagdbogen der glut steckt das ziel für 5 schadenspunkte in brand brennende ziele erleiden zusätzlichen schaden frost und der kaiserliche bogen ja der hätte ja auch was schaden 11 aber keinen zusatz schauen wir das einmal durch wir haben ja zeit orkischer bogen zwölf kriegshammer 33 schaden hey leute ja das wäre ja auch mal was und die pfeile mit schaden 12 spitzhacke haben wir die stahlpfeile stahlschwert ja das haben wir doch alles ja stahlzweihänder naja gut bekleidung dann schauen wir mal das behende schild haben wir das haben wir kaiserliche haben wir auch leder am schienen pipa puh das machen wir uns selbst mhm der schaut ja recht gut aus stahlhorn helm ja der schaut auch gut aus und die stahlrüstung egal essen honigbrümmet und ja der hat sonst nix ich werde dann gleich mal alles verkaufen was wir da haben und schauen ob wir da was dazu bekommen äh woher kommt der name trunkener jegersmann ja diese frage höre ich des öfteren mein bruder anoriad und ich kamen darauf nachdem wir eines nachts etwas zu viel med getrunken hatten danach sind wir noch auf eine nächtliche jagd gegangen wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen zustand hat mein bruder mich für einen hirsch gehalten er schoss einen pfeil auf mich der mir dann im hinterteil stecken blieb nach diesem denkwürdigen abenteuer hatten wir den richtigen namen für unseren laden ok das kommt ja gut und an wen kann ich mich wegen einer arbeit wenden genau versucht es bei hulda der wirtin der beflagten meere einfach die straße hoch in der nähe des markts ihr solltet es auch in drachenfeste versuchen es ist so viel los dass der jahr oder sein vogt hilfe gebrauchen könnten ok leute wir schauen uns dann noch kurz einmal um es war mir eine freude mit euch geschäfte zu machen ja denke ich auch also du bist ja ein ganz netter mit dem pfeil im arsch und wir machen dann nur eine kurze inventar aufnahme da gibt es eine pizza leute und ein lachsteak ja genau cool also die haben nicht viel hunger hier da wird noch was auf dem spieß gegrillt oh sorry folks na gut aber das schaut ja lecker aus da hauen wir da nochmal rein gut so das war die ah wer sitzt denn da klinge und schatten stille und tot das sind meine künste gegen eine geringe gebühr erschaffe ich wunderbare kunstwerke für euch aha jenassa schauen wir mal furcht und reue sind mir gänzlich unbekannt wenn ihr meinen sold bezahlt werden wir gemeinsam jeden feind vernichten hey cool das ist ein söldner und eine nette noch dazu ja das käme ja gut aha was seid ihr einzelne ich bin eine künstlerin die auf der leinwand des lebens in blutroten farben malt ja ich kämpfe gegen bezahlung an eurer seite okay wozu soll man denn auch kunst schaffen wenn sie niemand mehr betrachten kann mhm ja ein andermal vielleicht gnädigste wir kommen drauf wenn ihr eure meinung ändert findet ihr mich hier gut so ja wir werden dazu erst einmal leveln bewegt euch immer im schatten damit ihr eure feinde seht bevor sie euch sehen ist okay ja du wirst uns sicher noch zur hand gehen müssen da gibt es noch eine ah da schlafen die jungs und ja wir stehlen nichts sorry und die waren ja wirklich schon müde die schlafen da wirklich so da kommen wir dann raus denke ich da ist auch eine tür ah das sind alles fremdenzimmer hey alter sorry mach mal zu wieder mach zu die tür okay gut und das dürfte auch ein fremdenzimmer sein ja ah das weiß auch okay also die straße hoch gibt es noch eine kascheme und die schauen wir uns an wenn ich nur wüsste was er jetzt damit meint die straße hoch wir sind da rein und das ist dann die straße da ist auch eine hütte aber die hat anscheinend nicht viel zu tun mit der geschichte was ist denn das servio pelatias haus okay da werden wir nicht eindringen und da ist wieder eine wache was braucht ihr fragen wir noch einmal kurz mit dem bauch voller med wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute ja das denke ich auch mhm ah gemischt werden da sollten wir nicht rein die haben zu Kupferkessel ist auch zu ich glaube wir müssen dann da rauf schlussendlich aber da ist eine kascheme nehme ich an was steht denn da Bonneritmeer ja die beflaggte Meere genau das schauen wir uns hier noch an sind ja auch schon so festlich angezogen also können wir kurz auf einen Trink da mal rennen reingucken kommt da rein sagt Bescheid wenn ihr etwas braucht oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber okay das ist ja auch eine ja nette Unterkunft wir setzen uns da vorne sitzt auch einer aber wir quatschen zuerst einmal mit dir wer bist denn du mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut aber ich bin reif für den Ruhestand ich trage mich mit dem Gedanken die Schenker an Isolda zu verkaufen wie dem auch sei was braucht ihr das kann ich nachvollziehen Mädel gut also Hulda was kann ich euch bringen ich möchte ein Zimmer mieten zur Zeit noch nicht was habt ihr zu verkaufen darauf Hulda was hast denn du im Essen na das was wir schon alles wissen Zutaten Salz und das war es dann auch schon okay Hulda genug ich nehme an ihr habt den gülden Grünbaum gesehen einen großen Baum ganz verbrannt mitten im Windbezirk er gehört zum Tempel von Künaret die Leute wollen dass Danika deswegen etwas tut aber ich weiß nicht was sie sich vorstellen unterhalte dich mit Danika über die Zerstörung des gülden Grünbaums erzählt mit den neuesten in Yorvasca sie heuern neue Mitglieder an heißt es okay wo erfahre ich mehr über Magie Magie ist was für Schwächlinge Elfen meine ich die bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste sie wissen halt wo sie hingehören natürlich wäre da auch noch Pharengar er mag zwar der Zauberer des Jarl sein aber zumindest ist er ein Nord noch einmal hätte ich mir denken können Leute von eurer Sorte bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste wo sie hingehören ihr würdet nie auf den Gedanken kommen von einem Nord wie dem Zauberer des Jarl etwas lernen zu können okay das war es dann lasst es mich wissen falls ihr sonst noch etwas benötigt sorry Leute ja das lasse ich dich wir setzen uns da jetzt einmal hin ans Feuer hat es geheißen Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar eine Schande ist das ja sind wir komm erzähl mir die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert es muss sich etwas ändern okay Kommandant Karius stolziert den Drachenfeste herum wie ein Gockel die Arbeit von dem Kerl könnte ich doch mit verbundenen Augen erledigen aha da spitzt wer auf eine Beförderung raus damit ich warte okay ich gebe euch Deckung fehlende euch sorry Leute dann mal los brauchst mir nicht Deckung gehen und Michael ich bin Barde von Beruf vielleicht habt ihr schon von mir gehört leider noch nicht was macht ihr hier wie in der Gegend ich bin Barde ausgebildet an der Barden Akademie in Einsamkeit Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen sich dort zu bewerben okay gut schön der Abschied ist immer das Schlimmste wenn du das sagst und da hinten haben wir auch noch eine nette wer bist denn du Lust auf ein Nord Sprichwort man kennt eine Frau erst dann richtig wenn man mit ihr gezächt und sich mit ihr geprügelt hat du bist eine Frau nach meinem Geschmack okay denkt ihr ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten ihr würdet keine sechs Sekunden überleben aha ihr müsst das kämpfen mit sie gut so die Hitze des Gefechts ist das Feuer das die stärksten Klingen schmiedet ein altes Nord Sprichwort ja außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus sich zu beweisen du bist auch eine Nord und Gerd die Unbeugsame okay ihr hört euch an als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen großen Groll hegen habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen zu hitzköpfig jammerten sie schwache armselige Feiglinge allesamt weshalb wurdest denn du abgelehnt es war nicht meine Schuld ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt dass es ein Unfall war sie wollten dass ich mich beweise also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen dachten wohl eine Frau wäre nicht stark genug ihn zu verletzen ich wollte doch nicht dass er stirbt warum sollte ich das wollen ich habe einfach die Kontrolle verloren ja dann fragen wir dich gleich einmal warum nicht im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig ich wette 100 Goldstücke dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde wir kommen da noch drauf zurück okay die Brügelei machen wir das nächste Mal Leute ich glaube Schneebockel gut genug geplaudert ja also mit den lauten Spielern und unserem Freund Fehlendal verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns da wieder wenn es da heißt die Stadt zu erkunden okay Leute ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß wir sehen uns gleich wieder euer Toso ciao